Das ist die krankeste Sprengung, die es jemals in Craft Attack gegeben hat. Zwölf Kingstacks TNT. Ich will quitten. Ich rufe jetzt mal Tobi kurz an. Bro, ich glaube, ich muss dich entlassen. Das geht nicht. Nee, warum? Ihr müsst verstehen, dass ich auch Videocontent für morgen brauche. Bleibt hier, aber ich muss hier auch irgendwann irgendwas leben, sage ich mal. Ich muss morgen ein Craft Attack Video bringen. Was erwartet ihr von mir? Holy shit, Hogwarts baut sich nicht von alleine, Leute. Der Palast geht ein bisschen weiter. Gucken mal ganz los, weil Tobi hat nämlich Scheiße bei mir gebaut, so wie ich es mitbekommen habe. Tobi hat ein Haus aus TNT. Tobi hat ein Haus aus TNT gebaut. Ist das so? Oder? Ja, irgendwie ist auch... Okay, wo hat Tobi die Bombe gebaut? Ich weiß nicht, wo. Tobi hat ein Haus aus TNT irgendwo hier gebaut, aber ich check immer noch nicht, wo er es hingemacht hat. Ich war gestern schon mal hier, aber ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Warum macht er das? Wieso baut denn... Wieso manipuliert... Ah, Digga, Deutsche Castle Rush. Wieso manipuliert mein Mitarbeiter mich neben dem Lava-Raum? Hier? Wo denn? Neben der Lava. Ja, hier ist doch die Lava. Das heißt, es muss doch dann hier irgendwo sein, oder? Aber wo? Meta-Gaming-Bahn. Nee, 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 nee. Das ist Craft Attack. Da ist alles fein. Wo hat der das gemacht? Runter, unter. In der Ecke von... 30 Blöcke da drunter. 30 Blöcke unter diesem Raum jetzt hier, oder was? Also doch runter. In der Ecke? Da in der Ecke. In welcher Ecke? Die Ecke? Diese Ecke hier, Leute. Die Ecke. Diese Ecke hier. Auf der gleichen Höhe. Ihr verarscht mich doch. What the fuck? Was soll das? Und hier jetzt runter? Hier ist nichts. Hier ist was? Ist das hier der Raum? Ist das der Weg? Nee, das ist falsch, oder? Hier ist die Bombe? Lol, what the... Ich habe es gefunden. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Was? Ich habe gar nichts gemacht. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah! 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 Oh nein, oh nein, oh nein, oh mein fucking Gott. Das ist jetzt... Das war 1000%ig auf alles. Es explodiert immer noch. Digga, das war auf alles. Ich schwöre auf alles. Auf alles, was mir hoch und heilig ist, war das keine Absicht. Das war alles. Ich schwöre keine Absicht, Digga. Auf alles. Auf alles, was mir hoch und heilig ist, war das keine Absicht. Mein ganzes... Meine ganzen Items sind jetzt weg. Meine ganzen verf***ten Items sind jetzt weg, oder was? Die sind explodiert. Als ob in dieser scheiß Bombe ein Creeper spawnt. Als ob in dieser scheiß Bombe ein Creeper spawnt. Digga, nein. Ey, wie komme ich jetzt da hin? Ey, meine ganzen Scheiß Items sind gone, Alter. Willst du mich verarschen, Junge? Ey, Leute, das ist... Das ist... Das kann doch jetzt nicht sein. Das kann wirklich nicht sein, Digga. Ja, ich habe jetzt schon ein Video. Sau chillig, Digga. Sau chillig. Nein, die Rüstung aus Netherite explodiert auch, oder? Oder kann die... Kann die... Kann die überleben? Kann die Netherite-Rüstung Explosion überleben, Leute? Sagt es mir. Oder ist das nur mit... Ist das nur mit... Ist das nur mit... Was? Mit Lava? Ne. Wo war das nochmal? Wo war das jetzt? Chavis? Mann! Oh, Digga, Mann! Digga, Tobel wird entlassen. Der hat mein... Der... Digga, ich habe alles wegen dem verloren. Ey, maybe haben wir Glück. Maybe haben wir Glück, die Sachen haben überlebt, Leute. Ohne Spaß. Bro, das mit dem Creeper ist ja... Hat... Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Der hat eine Atombombe unter mein Haus gebaut. Okay, hier ist der Lava-Raum. Okay, warte. Okay, es ist schon mal nichts vom Haus kaputt gegangen. Es ist schon mal nichts vom Haus kaputt. Oh mein... Was? Bro, wie viel TNT war das? Seid mal ehrlich. Was? Was? Junge. Ah! Lass es. Meine Rüstung ist weg. Alter. Es ist alles weg. Es ist alles weg. Das waren... Wie viel? Zehn Stacks TNT. Zwölf Stacks. Nein. Es ist weg. Es ist weg. Ich hatte die Elytra für zwei Tage. Doch, die Rüstung explodiert. Die Rüstung explodiert. Hier liegt nichts mehr, Leute. Hier liegt nichts mehr. Ich weiß mal, ob das Loch hier... Es ist alles weg. Es ist alles weg. Ich glaub das grad nicht, Digga. Dass das durch diesen scheiß Creeper explodiert ist, Jungs. Das ist überlost. Das ist überlost. Junge, ich wollte heute fucking Hogwarts weiterbauen. What the fuck? Hier ist nichts mehr, Leute. Ihr seht hier... Ich seh hier nichts. Ich seh hier absolut gar nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Wir müssen hoch. Es ist einfach alles weg. Das kann doch nicht sein. Entlass das auch übertrieben. Ja, what the fuck? Was ist, ob ich jetzt Tobi entlassen würde? Ey, Junge. Das kann doch nicht sein. Ich hätte wirklich Rust spielen sollen. Ich hätte einfach... Digga. Ich hab so viel in meinem Leben noch nicht gesehen. Das ist insane. Jo, was geht? Basti, unter meinem Haus sind gerade 10 Stacks TNT... 12 Stacks TNT hochgeflogen. Was? Du hast so ein Loch noch nicht gesehen. 12 Stacks... Ey, war doch ein Creeper, oder? Bro, der Creeper hat eine Bombe gezündet. Eine Atombombe mit 12 Stacks TNT. Ich hab mein Elytra-Again verloren. Nein. Meine komplette Rüstung. Als ob. Mein Bogen, meine Schaufel, meine Netherite-Hacke. Alles ist weg. Alles. Basti, 12 Stacks TNT sind unter meinem Haus hoch. 12 Stacks TNT. Das ist die krankeste Sprengung, die es jemals in Craftycle gegeben hat. 12 fucking Stacks TNT. Ich will quitten. Wer hat denn 12 Stacks TNT? Tobi. Kann ich sagen. Escation. Escation hat... Ja, 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 ja. Als ob. Digga. Ich bin auf 0 gesetzt. Ich bin resettet. Weißt du, wie... Digga, wenn das noch ein bisschen mehr gewesen wäre, wenn mein ganzes Haus wäre in die Luft geflogen. Ich habe jetzt einen Keller, der ist größer als komplett Hogwarts. Und in der Bombe drin war ein Creeper. What the... Wo ging es denn nochmal runter? Warte, hier. Komm mit. Ja, Bro, ich habe die Bombe gesucht. Ich wollte mir das halt angucken, weil Tobi so meinte, ja, Bro, ich habe eine Bombe bei dir gebaut. Ist so. Alles klar. Chilliger Content. Ist funny. Digga, ich habe nicht damit gerechnet, dass der da unten einen Creeper... Hat Tobi die Creeper da eingeschlossen? Nee, oder? Das ist doch Zufall gewesen. Komm mit hier. Wir müssen hier lang tauchen. Wasti, sowas hast du noch nicht gesehen. Guck dir dieses Loch an, Bro. Das ist... Lol. Als ob. Bro, sowas hast du noch nicht gesehen. Wassereimer. Da liegen Wassereimer. Ja, Wassereimer von mir. Super. Das ist es aber. Hat der eine Netherite-Würstung an da vorne? Ist das Netherite, was der an hat? Nee, ist Leder, ne? Wer? Nee, 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 ist Leder. Sicher, dass dein Zeug gar nicht mehr hier liegt? Bro, Netherite fliegt in die Luft, auf jeden Fall. Ey, kannst du mir das mal... Hast du Fackeln dabei? Kannst du mir das kurz ausleuchten hier, Basti? Und die Mopsi mal entfernen? Das ist echt heftig. Ey, Leute, das ist das... Das ist insane. Wo genau bist du explodiert? Oder hat der Creeper dann alles von dir in die Luft gejagt? Einfach alles weg. Ey, meine Netherite-Tools. Alles weg. Gone. Alles. Ich rufe jetzt mal Tobi kurz an. Hallo? Tobi? Ja? Deine Bombe ist explodiert. Nee. Doch. Nee. Weißt du warum? Warum? Weil ein gef***ter Creeper in dieser Bombe gespawnt ist. Ich habe die aufgemacht, habe mir das angeguckt. Warst du schuld? Nein, ich nicht. Du warst schuld? Nein, der Creeper. Bist du dumm? Ich habe alle meine Altershörungen... Warum gehst du denn da hin? Bro, weil ich mir das angucken wollte. Weil der ganze Chat-Respendant war Tobi, Bombe, Tobi, Bombe. Das war... Das... Man darf da nicht rein. Hast du den Creeper in die Bombe eingesperrt? Nein, Bro. Der würde despawnen. Der ist da gespawn, weil es da so dunkel ist. Lost. Tobi, ich habe... Digga. Mein komplettes Equipment ist weg. Hier ist eine Höhle, Digga. Die ist größer als Baden-Württemberg. Wirklich. Digga, die Bombe war doch nicht mehr fertig. Wie? Die war doch nicht mehr fertig. Wie viele Stacks TNT waren das? Zwölf Stück? Zwölf. Bro, ich glaube, ich muss dich entlassen. Das geht nicht. Es war zwölf TNT. Zwölf Stacks? Ist was an dein Haus gekommen? Nein, aber meine ganzen Items sind weg. What the... Ja, was soll ich jetzt machen? Ich habe nie gesagt, dass du da reingehen sollst. Du hast unter meinem Haus eine Bombe gebaut. Ja, aber die ist ja nicht so big. Tobi, das Loch hier ist riesig. Bro, wie dumm bist du? Was hast du in den letzten Streams gemacht? Eine Bombe gebaut. Ich habe 13 Dias bezahlt. Und du hast den ganzen Stream nichts anderes gemacht als Schwarzpulverfarm? Ich habe die letzten 5 Crafts-Extrems einfach an dieser Bombe gebaut. Ey, Junge, Tobi. Okay, an die YouTube-Zuschauer. Redi wird mich entlassen, wenn es nicht mindestens 50.000 Likes bekommt. Oder wie viel ist das realistisch? Bitte, helft mir. Leute, ich muss mich ernähren. Ich wurde hier in Köln. Ich kann sonst nicht. Ich brauche diesen Job. Ja, bitte, bitte, helft mir. Also, liked jetzt und kommentiert das Video. Und in den Chat macht Subs rein, ne? Ihr wollt ja auch alle das... Ihr wollt ja auch alle... Entschuldigung. Bro, ich habe gerade eine komplette Dierrüstung bekommen. Von wem? Von JB. Oha. Auch komplett von Saab. Oh mein Gott, der hat eine Bombe in deinem Haus gebaut, ne? Was sagst du? Der hat eine Bombe in deinem Haus gebaut. Der hat das Hals-Maul. Ich war das nicht. Spaß. What the fuck? Oh mein Gott, du Ehrenmann. Moment kurz. Warte kurz. Tobi leg auf. Was für ein Ehrenmann, JB. What the fuck, Leute. Ist Tobi noch da? Bist du noch im Gespräch? Nee. Ja, okay, pass auf. Du hast jetzt wirklich eine komplett verzauberte Dierrüstung gekriegt. Ja, ich brauche nur Dings, Netherite. Ja, pass auf, da komme ich ins Spiel. Okay. Du hast extremes Glück, muss man da an der Stelle sagen. Warum? Also, ich habe jetzt gerade meinen ganzen Stream damit verbracht, diesen Netherite-Block zu farmen. Und ich wäre jetzt bereit, dir vier Stück davon abzugeben, dass du deine Rüstung upgraden kannst. Oh mein Gott, du Ehrenmann. Du Ehrenmann. Ehrenmann, Basti. What the fuck? Wie geht das? Weißt du nicht, wie das geht? Nee. Du brauchst sonst ein Missing Table. Warte mal. Also, ich sage es hier und jetzt. JB hat dadurch auf Lifetime, auf Live, 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 Lifetime bei mir gratis Zugriff auf Dingens, auf alles. Ich nicht? Raketen? Ja, what the fuck? Natürlich. Safe. Du auch? Ja. Oh, nice. Danke. Danke.